Anvil Aerospace Anvil Aerospace ist eine der frühesten der iranischen Erfolgsstories. Gegründet wurde sie im Jahr 2772 und liefert nun seit fast 200 Jahren militärisches Gerät an die UEE-Navy. Die ursprüngliche Anvil Skunkworks Anlage stand in Nova Kiev, Terra und das Firmenhauptquartier ist immer noch dort. In den ersten 70 Jahren der Existenz von Anvil wurde jedes Designprojekt persönlich von dem Firmengründer J. Harris Arnold geführt. Arnold war ein exzentrischer Raumschiffdesigner der alten Schule, der darauf bestand, jedes Teil des Designs der Subsysteme persönlich abzunehmen. Er war einer der wenigen beliebten Menschen in einer ansonsten mit Halsabschneidern übersäten Industrie. Heute hat Anvil auf mehr als drei Dutzend Kernwelten Fabriken. Aber es stellt immer noch alle Systeme selbst her und diese müssen, bevor sie in ein Raumschiff eingebaut werden, immer noch vom aktuellen Firmenchef abgezeichnet werden. Der Spitzname des Unternehmens stammt aus einem Zitat von Robert Colvin über die frühen Tage der UEE-Expansion. Die Militärausgaben sind der Kraftstoff für die Öfen der Expansion und der Amboss für die Innovation. Und die Öfen der Expansion schüren es genau das, was Anvil seit diesen Tagen macht. Das Unternehmen hat Dutzende von erfolgreichen Kampfraumschiffen in den vergangenen Jahren herausgebracht. Darunter so berühmte Schiffe wie die Hurricane, Osprey, Devastator, Hornet und Gladiator. Es gibt keine militärische Operation und keinen Träger im UEE-Raum, der nicht mindestens eine Staffel von bei Anvil hergestellten Raumschiffe dabei hat. Die Kampfraumschiffe von Anvil haben historisch gesehen mehr Abschüsse erzielt als Kampfraumschiffe anderer Firmen. Insbesondere die Hornet hat mehr feindliche Hardware zerstört, gemessen am Werten Credits, als alle anderen aktuellen Raumjäger zusammen. Kerngeschäft Heute ist die F-7A Hornet das Sinnbild für militärische Überlegenheit. Die Hornets findet man auf jedem Rekrutierungsbooster in allen Ecken der Galaxie. Natürlich ist das Leben der Piloten auf den Elite-Trägern der UEE, die an der Grenze die Stellung halten, nicht so, wie es in Holofilmen wie The Chain of Command oder in Strike Leader gezeigt wird. Mit der entsprechenden Taktik haben die Hornets gezeigt, dass sie sehr wohl in der Lage sind, Bandooljäger zu vernichten. Und wenn sie die richtige Ausrüstung an Bord haben, sind sie auch in der Lage, selbst mittelgroße Bandoolschiffe zu vernichten. Vor kurzem wurde ein Fall bekannt, in dem eine Hornet drei Tankern als Geleitschitz zugeteilt war. Dieser Konvoi wurde von drei Bandooljägern angegriffen und die Hornet schaffte es, alle drei abzuschießen, ohne selbst größeren Schaden zu nehmen. Der Pilot, dessen Namen aus Gründen der Geheimhaltung nicht genannt werden darf, wurde für diese Leistung mit dem Navy Cross ausgezeichnet. Anvil produziert auch noch den Gladiator, einem Boden- und Trägergestützten Bomber, der im ganzen UEE-Raum verwendet wird. Der Gladiator trägt Torpedos, mit denen man Großkampfschiffe und Anlagen am Boden vernichten kann. Sie kann auch als Sturzkampfbomber für Raum- und Bodenangriffe eingesetzt werden, was aber immer seltener passiert. Mit einem Geschützturm zur Verteidigung und Abwurf-Tanks sind sie in der Lage, ohne Ummorden von System zu System zu fliegen. Sie ist für ein militäres Modell sehr vielseitig zu konfigurieren und kann daher auch viele verschiedene Rollen abdecken. Sie kann an Bord eines Trägers zur S-Vex-Raumüberwachung für Such- und Rettungsmissionen als Trainerversion oder als Schlepper von Übungszielen umgerüstet werden. In einem Raum-Dock kann die Gladiator zu so ziemlich allem umgerüstet werden. Man kann zum Beispiel einen Sprungantrieb einbauen, der reduziert allerdings die Bombenzuladung oder einen Holozielermitter für Übungseinsätze. Die Gladiator ist genau wie die Hornet eines der meisten benutzten Werkzeuge der UE-Nevi. Zivile Raumschiffe Anvils zivile Produktionslinie ist relativ neu und die Entscheidung sie zu produzieren ist dem Unternehmen auf großen Widerstand getroffen. Man war der Meinung, dass die Herstellung von zivilen Versionen von ausgewählten Militärvarianten die Marke Anvil verwässern könnte und die Spitzenposition, die sich das Unternehmen erarbeitet hat, in Gefahr geraten könnte. Die Debatte war so langwierig, dass man sich schon Gedanken darüber machte, das Unternehmen in einem zivilen und einem militärischen Bereich aufzuteilen, wobei der zivile Bereich dann offiziell das militärische Design lizenzieren sollte. Aber schließlich waren alle Diskussionen umsonst, weil die UE-Regierung eine überraschende Resolution in die Debatte einbrachte. Sie favorisierte das Konzept der Ausrüstung von Zivilisten mit militärischen Versionen, vor allem in den weit entfernten Grenzsystemen. Ein Geschwader von zwar abgespeckten militärischen Versionen der Hornet ist immer noch abschränkter als ein Geschwader mit Drake Cutlasses. Der Prozess ein Design wie die Hornet für zivile Zecke anzubieten ist sehr komplex, denn fast 60% der Komponenten der Hornet fallen unter die Geheimhaltung. Manche dieser Elemente, wie zum Beispiel die Billspeck-Ketling-Kanone, sind aus diesem modernen modular aufgebauten Design leicht zu entfernen. Aber andere wiederum, wie die Bootlooks der Ruderpedale oder die Gummiabdichtung des Cockpits, wiederum nicht. Das bedeutet, dass die Design-Teams Ersatzsysteme entwickeln müssen, ohne Zugriff auf Diagonalteile zu haben. Sie dürfen dabei nur öffentlich zugängliche Daten, wie zum Beispiel holographische Bilder benutzen. Und das, obwohl das Team das Originalteil entwickelt hat, im Raum gegenüber sitzt. Auch wenn das Schaffen einer zivilen Version eines Top-Kampfraumschiffes ein sehr frustrierender Prozess ist, hat es sich für Anvil als sehr profitabel erwiesen. Die Gewinne des Unternehmens stiegen um 34%, nachdem sie die ersten zivilen Versionen der Hornet, die F7C, ausgeliefert hatten. Und es gab auch keine negativen Einflüsse auf den Ruf des Unternehmens. Das Gegenteil war eher der Fall. Die Idee, ein eigenes Militärkampfschiff zu haben, führte sehr schnell dazu, dass die zivile Version der Hornet zu einer Art Status-Symbol wurde. So wurde die F7C Hornet schnell zu einem Luxusobjekt und ein neuer, unerwarteter Markt erschloss sich für sie. Die zivile Hornet wurde hauptsächlich an zwei Gruppen verkauft. An die Bada-militärischen Einheiten, die die Grenzwälder beschützen sollen und die dafür notwürdige Hardware brauchen. Und die reichen Industriellen, die glauben, wenn sie eine Hornet fliegen würden, sie automatisch zu einem Top Gun piloten werden. Die Zukunft Die Verkäufe der militärischen und zivilen Version der Hornet bescheren dem Unternehmen ein Allzeithochern umsetzen und sorgen für eine rosige Zukunft der Firma. Die UEE geht gegen die weiter wachsende Bedrohung der Vanduls vor und benötigt dafür dringend Kampfraumschiffe. Die Bestellungen der UEE Navy für Hornet Raumüberlegenheitsjäger und Gladiatorbomber haben nie gekannte Spitzenwerte erreicht. Mehrere tausend Schiffe beider Typen werden jeden Monat an die Träger, die sich an der Front befinden, geliefert. Auf der zivilen Seite ist die Hornet ein dritter Stelle der am meisten verkauften zivilen Raumschiffe. Nur die Aurora und die 300i verkauften sich besser. Und wie es momentan aussieht, wird die zivile Version der Gladiatorbombers genauso erfolgreich werden. Das erste Modell, die Gladiator 1, soll innerhalb der nächsten drei Monate auf den Markt kommen.